Die Pariser Couture könnte beeinflussen, wie tausende von Frauen träumen und leben. Die Mode braucht eine neue Führung. Eine Leitfigur. Monsieur Dior. Ich suche nach der großen Kollektion, die sich aus der Asche des Kriegs erhebt. Monsieur Dior, was wünschen Sie sich? Die wunderschönste Couture für Damen zu entwerfen, die die Welt je gesehen hat. Dior hat die französische Couture ruiniert und ich komme zurück, um sie zu retten. Für diejenigen, die die Wirren des Krieges überlebt haben, war kreierendes Überleben. Die Legende von Coco Chanel. Würden die die wahre Geschichte kennen? Chanel kann überaus verräterisch sein. Oh ja. Sind Sie zufrieden mit der Revolution, die Sie ausgelöst haben? Das ist die Wahrheit. Aber dahinter existiert auch immer eine zweite Wahrheit. Ihre Schwester, sie ist in Gefahr. Kreieren mag die Kugeln nicht aufhalten können, aber kreieren ist unser Weg nach vorn. Unsere Entscheidungen sind von Bedeutung. Dein Haus wird einfach magnifisch. Sie denken, die Uhr ist Mode? Wahres Talent ist, aus deinem Leben etwas Größeres zu machen. Die Menschen müssen wieder fühlen, träumen. Sie müssen wieder leben. Und wir können eine neue Welt für sie erschaffen. Die Menschen müssen wiederholen.